Hallihallo, ich war mal wieder unterwegs und habe wunderschöne Sachen gefunden. Weide, das ist was ganz tolles. Und was man mit Weide macht, wir kennen das ja, ich zeige euch das erstmal, wir kennen das ja oft so von den schönen Sachen, die wir kaufen, gibt aber auch Sachen, die man selber macht, Weidengeflechte, das ist ein traumhaftes Thema und wer einmal mit Weidengeflechten arbeitet, der wird eigentlich süchtig. Und das ist hier ein Wurstgeflecht, ja, das ist auch eine ganz tolle Flechtung, das habe ich selber gemacht, das ist eigentlich fast wie eine große Untertasse, ja, mit so einem Gefäß, was ich geflochten habe. Und das habe ich auch schon eine Weile, das haben wir jetzt für Ostern dekoriert. Wir haben hier schöne Kätzchen, wir haben immer tolle Tulpen, wir haben hier auch Nester gemacht, ein kleines Nest haben wir gemacht hier mit einem Strausenei. Es gibt aber auch größere und ja, also dann haben wir natürlich noch einen ganz tollen Hasen hier rein dekoriert. Also es wird jetzt österlich und es gibt auch zum Thema Weidenflechten einen richtig tollen Buchtipp von mir, weil man kann auch Körbe selbst flechten. Aber man muss die Weiden jetzt schneiden und das geht jetzt noch so bis April ungefähr, aber sobald die Weide ausschlägt, kann man die nicht mehr verwenden. Ja, man muss jetzt wirklich die Weide, die noch so schön biegsam ist und ohne Blätter, also Frühjahr ist jetzt die optimale Zeit, um Weidengeflechte zu machen und ich habe auch schon Körbe mit Boden geflochten. Und da gibt es dann die verschiedenen Flechtarten, also Splissflechtung und wie man die Ränder macht. Also es macht süchtig und wenn man ein bisschen Zeit hat und man braucht auch ein paar feste Finger, dann kann man natürlich ganz tolle Geschichten machen aus Weide. Und das ist jetzt hier diese dunklere Weide und ich habe die hellere mitgebracht und heute machen wir mal was Schönes mit Weide. Den Buchtipp, aus dem habe ich super viel nachgelesen und gelernt, den mache ich euch nochmal in die Beschreibung rein für dieses Buch. Das kann ich euch nur empfehlen, weil das beschreibt immer ganz toll, ganz toll die ganzen Materialien und schöne Skizzen. Also tolle Geschichte, kann man viel lernen daraus und ich habe selber auch ein paar Weidenseminare gemacht. Aber jetzt gehen wir mal an meine Idee und in das eigentliche Video rein. So, hier sind wir jetzt im Arbeitsbereich gelandet und ich habe so eine schöne Idee gehabt. Ich habe hier so ganz tolle farbenfrohe Primmelchen, Hübschen mitgebracht und bevor ich anfange gleich mit dem Video. Und es gibt hier natürlich auch so tolle österliche Arbeiten und naja, nie so klein sein, wenn es auch groß geht. Man kann auch so ein wunderschönes österliches Nest machen. Falls euch sowas interessiert, schreibt mal in die Kommentare. Das mit den mit Eiern bestücken, die man auch schön bemalen kann. Mit Buchs, mit Kätzchen und ach, da ist noch viel mehr drin. Dann haben wir natürlich wieder tolle Türgrenze gemacht. Mit hier jetzt in diesem Natur und Gelb, mit Wachteleiern, schlechten Zweigen, Moos, Buchs. Das ist viel, viel Natur, wie immer, das kennt ihr von mir. Und hier ist mal ein ganz anderer Türkranz. Das ist jetzt nur ein halbrund und der wird hier so mit dem Band aufgehängt. Und da ist natürlich durch die Eier, Eier sind ja in der Natur auch immer auf dem Boden. Und deswegen ist eigentlich nur sehr natürlich, dass diese größeren Eier in dem Kranz auch unten sind. Ja, finde ich auch einen herrlichen Türkranz und auch mal eine ganz andere Form. Wir versenden auch Türkrenze. Einige von euch wissen es, nicht alle, aber auch das machen wir. Und wir haben das ja letztes Jahr im März ganz viel gemacht. Aber jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Idee, die ich euch heute mitgebracht habe. Ich habe eine schöne Holzscheibe genommen und habe mal so ein bisschen nachgedacht, was man da tolles draus machen könnte, weil ich habe natürlich auch die Weide gehabt, hier diese Senfgelbe und meine Idee war, ein Weidengeflecht auf der Holzscheibe zu machen. Ich bin mal wieder zurück zu den Flechtarbeiten, die ich eigentlich so gern mache und habe dann Löcher gebohrt, ja, mit einem Holzbohrer natürlich. Es muss eine ungerade Anzahl an Löchern sein. Ich erkläre euch gleich, warum dann, wenn es losgeht an die Flechtarbeiten. Und dann habe ich mal so einige, ja, Weidenstäbe genommen. Und die möchte ich jetzt, damit ich eine feste Basis habe, möchte ich diese Weidenstäbe in die Löcher reinkleben. Genau, das war ein bisschen viel Heißkleber. Ich kann das mit dem Messerchen dann nochmal was abmachen, falls man das nachher sieht. Und einfach so ein Tupzer Heißkleber in die Löcher rein. Man kann es natürlich auch reinleimen, aber so viel Arbeit wollte ich mir jetzt eigentlich gar nicht machen. Und das ist mit dem Heißkleber wunderbar. Ja, man sieht also, die Weide füllt die Löcher schon recht gut. Also man muss sich mit der Menge an Heißkleber so ein bisschen beschränken. Aber hier hat man doch schon eine, ja, einen kleinen Eindruck, was ich vorhabe. Ich würde das, bevor ich die, bevor ich den Heißkleber reinmache, ihr seht, wie ich das immer mache. Ich teste mal immer so, ob das, ob dieser Weidenstab, ob der da reinpasst oder nicht. Weil ansonsten, wenn der Heißkleber drin ist, dann habe ich ein Problem. Aber ich glaube, ich habe schon ganz gut vorgearbeitet. Weil das macht jetzt keinen schlechten Eindruck. Und diese Weidenstäbe, die müssen noch gar nicht so lang sein, wie das Endergebnis meiner Arbeit. Weil, Entschuldigung, die können ruhig länger sein. Sorry. Ich erzähle auch manchmal Quatsch. Die können ruhig ein bisschen länger sein, weil kürzen geht natürlich immer. Aber länger machen geht dann nicht mehr am Schluss. Und deswegen dürfen die ruhig überstehen. So, und ich habe jetzt hier für mein Video neun, neun, vielen Dank für die tolle Kameraführung, wie immer. Ich habe jetzt für mein Video neun Weidenstäbe genommen. Also eine ungerade Anzahl. So, und dann haben wir schon eine sehr schöne Basis. So, ha, jetzt kommt mal wieder Telefon. Eine kleine Unterbrechung und wir sind gleich wieder da. So, die Basis ist gemacht für meine Arbeit. Meine kleine Flechtarbeit. Und ich habe jetzt ja diese wunderschönen, diese wunderschönen Weiden, diese senfgelbe Weide mitgebracht. Ich liebe sie. Und mit dieser Weide wollte ich jetzt auch, wollte ich jetzt erst eine kleine Flechtarbeit mit euch machen. Und man sieht, die sind natürlich relativ, relativ dünn. So, ist leider noch mal am Telefon, Entschuldigung. So, also wie gesagt, die, vorhin in der Einleitung habe ich ja schon gesagt, ist ganz wichtig, dass diese Weide biegsam ist. Ja, dass die jetzt nicht kracht. Wenn ich die jetzt länger draußen lagern würde, dann ist es mit biegsam vorbei. Und dann kann ich auch mit der nicht so schön flechten. So, jetzt brauchen wir natürlich einen Anfang für das Ganze. Ich lege das erste Stück, ja, ich nehme mal, ich lasse das andere hier bei mir. Ich lege quasi das erste Ende nach innen rein. So, und dann flechte ich einfach, Entschuldigung, heißt, lieber liegt schon. Okay, dann kann er schon nicht mehr umfallen. So, und flechte einfach immer einmal davor, einmal dahinter, einmal davor, einmal dahinter. So, und jetzt kommt auch der ganz einfache Grund, warum die ungerade sein müssen. Weil, wenn ich jetzt zuvor, wenn ich eine gerade Anzahl hätte, dann hätte ich nicht den Effekt, dass ich jetzt hier einmal dahinter und einmal davor bin. Ja, und das, das ist jetzt so die, ja, die Basis des Flechtens. Ich habe jetzt relativ dünne Stücke. Wenn ich merke, dass, dass es zu dünn wird, dann, dann lege ich einfach hier wieder nach innen, immer nach innen die, die Enden, ja. Dann lege ich nach innen wieder zwei an. Und, das ist jetzt so ein kleines Fleißarbeitsprogramm. Und dann flechte ich immer schön davor, dahinter, davor, dahinter. Und, ja, und ich habe jetzt persönlich, weil ich flechte ja gerne, aber ich wollte jetzt auch keine Stunden verbringen mit meiner Flechtarbeit. Und deswegen habe ich jetzt der Einfachheit halber einfach mehrere dünne Stücke verwendet, was ich auch gleich so fortführen werde. Aber die müssen jetzt erstmal immer alle rausgeschnitten werden hier. Da gibt es auch am Schluss so ein bisschen was, was übersteht als Enden. Das kommt gleich so, wenn wir wieder so ein Paket, da nehme ich mir, klemme ich mir hier wieder was ein, stecke wieder die frische Weide dran und flechte, ja, davor, dahinter, davor, dahinter. Und immer, wenn ich dann, wenn ich dann, wenn ich ein bisschen weiter bin, ich muss auch gucken, dass ich die Abstände beibehalte zwischen meinen starken, ja, zwischen diesen Weidestücken, die ich als Flechtunterstützung nehme. Aber im Moment sieht das ganz gut aus. So, und jetzt wird es schon langsam wieder dünner. Da nehme ich natürlich wieder die nächsten, so eine, so eine, ja, so eine Biegung, die, Entschuldigung, ich schieße schon den Kameramann ab, so eine, ähm, so eine Verzweigung schneide ich raus und flechte dann schön weiter. Und, ach, man sieht schon, das kleine Körbchen ist schon am Entstehen. Wenn ich jetzt einen, also beim Weidenflechten, bei den Korbflechtern, da nehme ich dann natürlich als Basis nicht eine Holzscheibe, sondern was wir als Basis beim Korbflechten nehmen, ist einen Strohrömer, wo wir die, äh, die, die festen Stücke, äh, ja, ein, rein schieben, weil wir brauchen immer erstmal eine Basis, um eine Flechtbasis. So, dann habe ich mir natürlich auch noch was überlegt, dass ich eigentlich ein schönes, kleines, zusätzliche, eine Farbvariation, wollte ich gern, äh, hätte ich gern in dieser Arbeit. Und das habe ich mir überlegt, indem ich, so, das sieht doch jetzt eigentlich schon ganz witzig aus, so fürs Frühjahr. Mhm. Und eine kleine Farbvariation, habe ich mir überlegt, indem ich ein bisschen Birke mit reinnehme. Oder was eine, eine wunderschöne Variation ist, ist roter Kornus. Stört euch nicht an den kleinen Stücken, die jetzt hier so rausspießen, weil die schneiden wir am Schluss ab. Da können wir noch die Feinarbeit machen. Ähm, im Moment spüren die noch nicht so. Und meine Farbvariation, ich habe leider keinen, keinen roten Kornus, aber ich habe eine schöne Birke. Und auch die, wie alles, ist wieder frisch und biegsam. Frisch und biegsam ist das Allerwichtigste. Und mein, mein Ansinnen war, dass dieses, dieses schöne, dieses wunderschöne Birken, dieses Brauen der Birke, dass es eine ganz tolle Abwechslung ist. zu diesem Senfgelb von der Weide. So, ich brauche noch ein bisschen Birke. Moment. Also man taucht immer ab. Aber, ich würde diese Arbeit, wenn möglich, sogar draußen machen. Oder ihr habt so eine Werkstatt, wie ich hier. Ich glaube, ansonsten habt ihr drin viel zu viel, ja, viel zu viel Dreck. So. Und ich lege wieder hier die Birke nach hinten an. Und, man braucht ein bisschen, man braucht schon feste Finger, um, um zu flechten. Und je, je größer die Arbeiten werden, ähm, desto, desto fingerfertiger muss man sein. Man muss auch diese Starken hier, ähm, zu ihrem Glück zwingen. und, so, muss auch diese Starken ein bisschen wieder gerad richten. Ähm, sonst wird man irgendwann schief. wobei jetzt, äh, auch diese Arbeit, ich würde es jetzt nicht so pepstlich sehen. Die lebt ja auch von so einer, von so einer Lebendigkeit kann so frühlingsmäßig gestaltet sein. Das ist jetzt kein Korbgeflecht, das irgendwie eine, eine Abnahmeprüfung bestehen muss. immer schön, schön runter, runterdrücken. Und ich nehme auch noch mal von der Birke die Würmchen und, äh, drück die noch mal mit, mit dazwischen. Ich finde die eigentlich sehr, sehr schön. Ich möchte die gar nicht alle wegschneiden. So, finde die eigentlich ganz toll. Und jetzt können wir ja auch dazu übergehen noch mal. So, jetzt haben wir eigentlich genügend Birke. jetzt würde ich noch mal Weide flechten. Man kann auch, man kann auch Weide, sehr schöne Weide bestellen. Also, oder man kennt jemanden, der so einen Weidenbaum hat. Vielleicht habt ihr auch im Freundeskreis jemanden, der so eine Riesenweide hat und der die immer schneidet und wo diese, dieses, dieses herrliche Material, ähm, ja, leider Gottes im Müll landet. im Biomüll, wie so oft. Und dann könnt ihr ja sagen, zu, zu euren Freunden, darf ich nicht mal deine Weide schneiden. Die werden euch angucken und werden sagen, äh, was machst du damit? Und ihr könnt ja sagen, die Margit ist schuld. Ich glaube, ja, spätestens dann wissen sie auch, wer ich bin und was ich mache. so, jetzt werde ich, äh, jetzt wird auch die Weide hier, das ist ganz toll, weil, äh, wenn ich das so mitdrehe, mit der, mit der Holzscheibe, das funktioniert also großartig. Ich schneide hier immer, ich schneide hier immer, das ist so fast selbstverständlich, ich schneide hier immer ein bisschen, ähm, ich mache immer die festeren Stücke, äh, weil wenn das jetzt zu fest ist, dann, nee, das geht sogar, aber, ähm, ich brauche, ich brauche dünne Stücke, weil je dünner die sind, desto flexibler sind meine Weidenstücke. und deswegen schneide ich hier immer wieder ein paar dickere raus. Ich brauche wirklich die dünnen Stücke und man muss auch gucken, dass man das ordentlich anlegt, ja, Ordnung ist das halbe Leben. Hier habe ich jetzt alle Enden in einer, in einer Länge und weiter geht es wieder mit der Fleißarbeit. So. Mein Ziel ist es, ein, ein Priemelchen hier reinzusetzen Das heißt, ich brauche im Grunde um die Höhe von meinem Priemeltopf als, äh, als Flechthöhe. Das gucke ich mir natürlich jetzt dann gleich mal an, wie weit ich da, wie weit ich da gekommen bin, weil ich möchte natürlich auch nicht, dass meine Priemel jetzt komplett versinkt. So, einmal eine kurze Anprobe und ich würde sagen, die Höhe reicht. Das reicht jetzt eigentlich dicke. Diese Weide bleibt nur so flexibel, wenn sie jetzt so frisch ist, sobald die trocknet, ähm, kracht die ein, ja. und ich könnte sich natürlich auch überlegen, ob ich einfach hergehe und die Weide reinstecke. Ne, das mache ich nicht. Okay, das war jetzt eine schlechte Idee. Ich, ähm, ich nehme jetzt ein ganz tolles Instrument, um mein Weidengeflecht zu fixieren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das ist ein Drill- oder Rötelapparat, ja, und damit wurden früher die Mehl-Säcke zugerötelt und hier gibt es dann also auch diesen schönen Draht. Das ist ein Röteldraht. Und ich fixiere jetzt diese Arbeit, indem ich den Draht, ja, einmal Draht und diese Starke, so einmal drumherum gehe. Jetzt habe ich hier diese zwei Schlaufen. Diesen Drill- oder Rötelapparat bekommt ihr auch bei Floristik24. So, meinst du, ich wollte es mit dem Finger nicht zudecken. Ich ziehe dann einfach und man sieht, es dreht sich jetzt schon so schön. So, wenn man es zu lange zieht, dann macht es, dann macht es peng und dann knallt einem der Draht um die Ohren. Aber hier ist es jetzt schon, ja, richtig schön fest und ich habe den Draht nach innen gebogen und genau, genau gleich. Ich muss nicht unbedingt jedes, an jedem Fest röteln, aber ich würde jetzt mal so, naja, alle zwei, drei Starken kann man mal schön runterdrücken und röteln und es gibt natürlich beim Korbsächten auch noch einen schönen Korbrand. Aber für diese kleine Friedlingsarbeit brauche ich eigentlich nicht jetzt extra einen Rand flechten. Hier, ich habe hier noch dieses Drahtende. Entweder ich schneide es ab oder dann habe ich auch kein Draht, an dem ich mich jetzt stoßen kann. biegt es einfach nach innen rein. Ja, das ist echt eine schöne Sache, wenn man mal so ein Rötelapparat hat. Viele kennen es vielleicht von, wenn man Zweige zu einem Nest rötelt, ja, oder kann man also ganz tolle Sachen machen. so, ja, einmal so röteln, dass die Arbeit auch richtig, richtig gut hält. Das soll ja nicht, soll ja nicht, wenn der Kunde, wenn der Kunde dieses Nest knippen, soll ihm das ja nicht um die Ohren fliegen. Okay, das ist doch jetzt schon eine coole Sache, oder? So wie das jetzt aussieht, kann ich natürlich noch ein bisschen Feintuning machen, indem ich, also die beiden Stücke würde ich auf jeden Fall rausschneiden. Von der Birke lasse ich die Fruchtstände, die jetzt nicht so weit rausstehen. ein bisschen was lasse ich rausgucken. Ich nehme nicht alles weg, aber von der Weide finde ich es jetzt nicht so toll, wenn da so viel raussteht. So, einmal Friseur spielen, und dann sieht es schon perfekt aus für den Auftritt. Also wichtig ist immer, dass es auch fest ist. Ich finde, durch diese kleine dunkle Zwischenschicht finde ich, ist das auch sehr, sehr ansprechend und sehr gelungen. Jetzt gehe ich einfach her und mache meine meine Flechtbasis. Schneide ich ab. Wie immer braucht man natürlich eine gute, eine wunderschöne, gute Gartenschere. Und dadurch, dass ich das so fest gerötelt habe, laufe ich auch nicht Gefahr, dass meine Arbeit sich wieder auflöst. Schüttel jetzt erst mal hier dann auch den ganzen Dreck raus. Und mein Ziel ist, eigentlich wollte ich ja noch Moos reinsetzen, aber ich finde, dass ich eigentlich gar kein Moos brauche. Ich finde, dass dieses Primmelchen schon so, so dekorativ ist. Was ich allerdings machen würde, es ist ja auch Holz und ich möchte das Primmelchen ja auch wässern. Das heißt, ich würde auf jeden Fall, hier nenne ich mir gerade ein Stück, ich würde auf jeden Fall ein bisschen Folie reinmachen, um das Holz zu schützen. unten rein und dass ich die Primmel auch messern kann oder ich stelle sie natürlich in den kleinen Kunststofftöpfchen rein, das kann ich auch. Ich kann das auch mit Folie überbrücken. Und wie gesagt, zuerst wollte ich eigentlich auch noch Moos reinmachen, aber das ist überhaupt nicht nötig. Es ist so schon schon ganz toll, sehr dekorativ. Und dann haben wir mit ganz einfachen Mitteln einen kleinen, schönen Innentopf, und haben ja, haben eigentlich eine wunderschöne Frühlingsarbeit gemacht und das ist auch eine ganz tolle Geschenkidee. Es gibt noch viel mehr tolle Videos mit Flechtarbeiten oder nein, nicht Flechten, aber mit Gewickeln. Aber Flechten wäre natürlich auch noch eine Idee und schreibt mal in die Kommentare, was ihr von Flechten haltet. Kann ich gern auch noch ein bisschen was zeigen, weil ich habe da natürlich einige Sachen gemacht und ich freue mich, dass ihr da wart und wünsche euch ganz viel Spaß bei eurer Flechtenarbeit. Eure Margit.